so 2. Dezember 2021 hallo und herzlich willkommen zum neuen video heißt ja auch heute wieder Adventskalender Tüchen öffnen und beginn macht der Lidl Adventskalender und da kommt ein Teddybär zum Vorschein so bei dem Windel den ich aus dem Tegut habe kommt jetzt was andersrum ein Flugzeug fällt irgendwie runter aber egal beide Minions aus dem Aldi kommt eine Minion Figur und schließlich bei dem weiteren aus dem Tegut also es handelt sich um ein Flugzeug was das im Vorschein kommt wie gesagt bitte liked das Video und lasst ein Abo da und ich sage mal dann wieder bis morgen